Freunde, herzlich willkommen liebe Konsumgesellschaft da draußen zu einem neuen Tutorial. Heute geht es um die GoPro Hero 9. Das hier ist kein Review, es ist ein Tutorial. Ich erkläre diese Kamera für euch vom Einschalten, Akku einlegen bis Video aufnehmen, Zeitraffer, Fotos machen und am Schluss schauen wir uns noch an, wie ihr die Fotos auf euer Tablet und Smartphone übertragen könnt und natürlich gebe ich euch noch ein paar Tipps, wie ihr diese Kamera als Webcam benutzen könnt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr die GoPro oder die Speicherkarte oder den Ersatzakku oder das Zubehör über die Links in der Videobeschreibung bestellt. Dadurch supportet ihr auch meinen Kanal. Vielen lieben Dank dafür. Fragen und Anregungen gerne als Kommentar unter dieses Video. Ich gebe mir Mühe, dass es jeder da draußen verstehen kann und wenn ihr nicht mehr weiter wisst, dann spult doch einfach zurück. Stellt eure Frage als Kommentar unter dieses Video. Ich versuche euch auch noch ein paar Beispieldateien in die Videobeschreibung zu packen, damit ihr euch zu Hause überzeugen könnt, ob es vielleicht die richtige Action-Kamera für euch ist oder eben nicht. Seit der GoPro Hero 8 gibt es ein neues Menü. Das ist so ähnlich jetzt wie bei der GoPro Hero 9. Ein paar neue Features sind hinzugekommen und jetzt geht es auch schon los. Viel Spaß damit. Ja, ich habe sogar mitbekommen, dass mir einige Leute gesagt hätten, dass sie enttäuscht von meinen vorigen Tutorials waren, weil ich nicht gezeigt habe, wie man den Akku einlegt. Also ich nehme mir da über eine Stunde Zeit, so ein Tutorial zu machen und dann kommen die Leute echt an und sagen, daran scheitert es, weil ich gar nicht wusste, wie ich den Akku in diese Kamera reinlege. Okay, ihr da draußen. Ich zeige euch sogar beides. Und zwar ist das hier meine Speicherkarte. Die packe ich euch auch in die Videobeschreibung. Ich empfehle euch die 128 GB. Ich habe nur die 256 GB, weil ich die Karte nicht immer leer mache und relativ lange mit der Karte rumlaufe und zum Beispiel die für den ganzen Urlaub halten soll. Und ihr könnt mich auch unterstützen, wenn ihr diese Karte über den Link in der Videobeschreibung kauft. Also, vielen lieben Dank dafür, falls ihr das macht. Die Karte kommt hier rein. Aufgeladen wird die Kamera über USB-C über diesen Port hier. Der Akku kommt da rein. Hier ist die Speicherkarte. Die lege ich jetzt da rein. Die Kopfseite muss in das Kamerainnere schauen. Dann tippt ihr einmal drauf und dann ist die Kamera drin. Sorry, der Fokus läuft natürlich jetzt gerade ein bisschen mit. Um die Karte wieder zu lösen, einfach drauf tippen und dann kommt sie wieder aus dem Schacht raus. So, jetzt geht es um den Akku. Der hat sich übrigens verbessert zu den Vorgängerakkus. Wir haben jetzt, falls ihr das sehen könnt, 1720 mAh. Es steht da. Und das sind, glaube ich, zwischen 400 und 500 mAh mehr als die vorigen Akkus. Sehr gut. Wir haben jetzt allerdings auch zwei Displays, die wir mit Strom versorgen müssen. Und 5K Video. Ich glaube, das frisst auch nochmal einiges. Ja, so geht der Akku rein. So könnt ihr ihn wieder rausziehen. Deshalb gibt es diese Lasche hier. Packen den mal rein. Dann müsst ihr folgendes machen. Ihr müsst an dieser Lasche hier ziehen und die dann reindrücken. Das ist ein bisschen Fummel und man hat das Gefühl, man macht die Kamera kaputt. Aber ich glaube, diese Lasche hier hält schon einiges aus. Um den Akku wieder zu lösen. Runterziehen. Und dann diese Klappe nach oben bewegen. Kamera, wie gesagt, hierüber aufladen. Ich empfehle euch den Media Mod. So heißt es, glaube ich. Den packe ich euch auch in die Videobeschreibung, falls es den schon gibt. Das macht es ein bisschen besser, um die Kamera aufzuladen. Weil immer diese Klappe aufmachen, das ist auf Dauer recht nervig. Das habe ich an der GoPro Hero 7, die übrigens mittlerweile sehr, sehr günstig ist, so gemocht, dass die Klappe hier an der Seite ist. Bis ich noch HDMI habe, USB-C und an der Unterseite das Akkufach, welches ich so gut wie nie aufmachen musste. Außer ich wollte an die Speicherkarte ran, die neben dem Akku ihren Platz gefunden hat. Gucken wir mal kurz, was der Akku hier gekostet. Äh, nicht gekostet, der kostet 20 Euro. Aber schauen wir mal, wie viel Milliampere der hat. Äh, 1220. Also 500 Milliampere hat der neue Akku mehr. Wunderbar. Das hier ist die GoPro Hero 9 von vorne. Ihr seht, das Objektiv ist hier gerade ein bisschen verwackelt. Das passiert natürlich so nicht. Ich habe aber eben gerade schon dran gedreht. Ich habe gerade schwitzige Hände. Ihr könnt es wieder lösen. Und wenn euch das Frontelement kaputt geht, ist es kein Problem. Oder wenn ihr das zusätzliche Objektiv drauf machen möchtet mit dem 150 Grad Weitwinkel, dann dreht ihr das Ganze einfach nach links. Und wenn ihr es wieder fest haben wollt, dreht ihr das nach rechts. Vorne das erste Mal ein Monitor. Damit könnt ihr so eine, nicht die beste Auflösung, aber ihr könnt euch selber sehen. Hier unten ein Mikrofon. An der Seite das GoPro Hero 9 Black Logo. Dann der größere Monitor mit einer LED hier oben. An der Seite das Akkufach, welches ich euch natürlich gerade schon vorgestellt habe. An der Unterseite habt ihr den Mount. Damit könnt ihr quasi ausklappen und könnt alle möglichen GoPro Artikel daran befestigen. Ich meine, die haben ja alle diesen gleichen Action Mount. Ich zeige euch jetzt mal hier so ein Beispiel. Könnt ihr in der Stativhalterung zum Beispiel befestigen. Und dann dreht ihr das hier einfach rein. Und fest ist es. Könnt es wieder verstauen. Ziemlich cool. Gute Lösung. Das gibt es schon seit der GoPro Hero 8. Mehr gibt es über das Gehäuse eigentlich nicht zu sagen. Wir haben nur was vergessen. Hier oben gibt es einen Knopf. Und an der Seite gibt es einen Knopf. So, interessant ist, ihr könnt die GoPro starten. Dazu kommen wir allerdings gleich noch. Das nennt sich Quick Capture. Indem wir hier oben einfach kurz drauf drücken auf den Rekordbutton. Also wenn ihr ein Video aufnehmen wollt oder stoppen wollt, müsst ihr da oben drauf tippen, um das Video zu starten. Um das Video zu stoppen, einfach nochmal drauf tippen. Wenn wir hier zwei Sekunden jetzt drauf tippen würden, startet das Video. Und wenn wir nochmal drauf tippen würden, obwohl die Kamera quasi aus ist und dann geht die Kamera dadurch an. Nochmal drauf tippen. Stoppt das Video, wird gespeichert. Kamera geht wieder aus. Das Ganze nennt sich Quick Capture. Das schauen wir uns aber gleich nochmal an. Um die Kamera ganz normal einzuschalten, haben wir an der Seite diesen Knopf. Den können wir für zwei Sekunden tippen. Dann piept's. Vorne müsste gleich was zu sehen sein. Uuuuh. Cool, oder? Und auf der Rückseite das GoPro-Symbol. Da hinten flickert es etwas. Das liegt an meinem LED-Licht an der Wand. Wundert euch nicht. Das leuchtet quasi auf einer anderen Frequenz, wie die GoPro gerade aufnimmt. Das hier ist der Startbildschirm, wenn ihr eure GoPro zum ersten Mal startet. Das mache ich jetzt hier noch aus der Hand. Und alle weiteren Einstellungen zeige ich euch dann auf einem Stativ, dass wir nicht mit dem Bild durcheinander gehen. Also auswählen könnt ihr jetzt zwischen Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch. Uuuuh, gehen wir mal zurück. Gerade vertippt. Espanol. Viel asiatische Sprachen. Ich habe das Gefühl, dass der Display recht sensitiv geworden ist. Also es ist ziemlich anfällig dafür, dass wenn du nur einmal drauf tippst quasi, dass er dann direkt was auswählen will. Oder es liegt daran, dass ich gerade ein bisschen feuchte Hände habe, weil ich so aufgeregt bin. Spaß. Also wir wählen Deutsch aus. Tippen hier oben auf das Häkchen, weil das die Sprache ist, in der wir gerade fortführen möchten. Rechtliche Hinweise. Ja, die kannst du dir hier durchlesen, wenn du daran Interesse hast. Ich glaube, dir bleibt nicht viel übrig, als dem Ganzen zuzustimmen. GPS. Vielleicht sehr interessant für dich, wenn du im Dschungel unterwegs bist oder in der Wüste und du weißt nicht mehr, wo du deine Bilder genau aufgenommen hast. Dann macht es Sinn, das GPS einzuschalten. Denn wenn ihr eure Fotos oder Videos in der GoPro Software euch anschaut oder in Adobe Lightroom zum Beispiel, könnt ihr auf einer digitalen Karte wie etwa Google Maps sehen, wo ihr den Clip aufgenommen habt. Kostet allerdings ein bisschen mehr Strom. Ich sage jetzt mal aus zu Demonstrationszwecken. Der nächste Bildschirm geht um die GoPro App. Die kann ich euch nur ans Herz legen. Die schauen wir uns ganz zum Schluss an, wie ihr euer Smartphone mit eurer GoPro verbinden könnt. Sie fernsteuern könnt, die Bilder direkt auf euer Smartphone ziehen könnt, an Freunde weiterleiten könnt. Und das Ganze natürlich komplett kostenlos. Das überspringen wir jetzt mal, indem wir hier oben auf den Pfeil zurückgehen. Wirklich? Ja, ich möchte hier die Einstellung erstmal überspringen. Jetzt wählen wir zusammen das Datum aus. Oh, ich habe die Kamera seit drei Tagen im Einsatz. Heute ist der 20. Gucken wir erstmal hier kurz. Ja, also das hier ist der Tag. Heute ist der 20. 9. 2020. Oben bestätigen. Uhrzeit könnt ihr entweder das amerikanische oder britische Format wählen. AM, PM. Oder wie es bei uns üblich ist, 24 Stunden. Und jetzt gerade ist es 21.11 Uhr. Bestätigen das Ganze. Und das hier ist euer Startbildschirm von eurer GoPro. Ich habe jetzt keine Speicherkarte eingelegt. Deshalb haben wir oben dieses rote Symbol. Ich lege sie allerdings gleich ein. Für die ersten paar Minuten brauchen wir also allerdings noch nicht. Ich möchte euch nur kurz was erklären. Ihr habt hier oben das Akku-Symbol. Und da steht jetzt gerade 78%. Ich mache übrigens gleich den Monitor ein bisschen schwacher vom Licht her, dass wir hier gleich was Besseres sehen können. Aber das schauen wir uns gleich in den Einstellungen an. Hier oben habt ihr gerade das Kamera-Symbol in der Mitte und zwei Punkte daneben. Das heißt, wir befinden uns gerade im Kamera-Menü, also im Video-Menü. Und wir haben noch die Auswahlmöglichkeiten, hier links einen Zeitraffer auszuwählen. Oder rechts, das wäre Foto. Um da drauf zu kommen, quasi von in den Foto-Modus als auch in den Zeitraffer-Modus, gibt es hier an der Seite diesen Knopf. Da könnten wir jetzt einmal drauf tippen. Schaut mal, was passiert. Geht es in den Foto-Modus. Wenn wir nochmal drauf tippen, geht es in den Zeitraffer-Modus. Wenn wir nochmal drauf tippen, geht es in den Video-Modus. Gucken wir mal, ob sich hier vorne was ändert. Foto. Zeitraffer. Video. Und wir könnten auch einfach wischen. Zeitraffer. Ich weiß nicht, ob das jetzt geht. Nee, bleibt da stehen. Video. Als auch. Foto-Modus. Das Ganze jetzt nochmal mit dem Knopf an der Seite. Zeitraffer. Video. Foto. So einfach geht's. Jetzt lege ich für euch die Speicherkarte ein. Befestige die Kamera für euch. Damit der Fokus nicht mitläuft. Und dann gehen wir das ganze Ding im Detail durch. Ich werde alles erklären. Und hoffe, dass es am Ende keine offenen Fragen mehr gibt. Um in das Hauptmenü zu gelangen, swipen wir einmal von oben nach unten. Das ist es nicht. Hier habt ihr ziemlich viele Shortcuts. Zu denen kommen wir gleich nochmal. Ihr seht hier oben zwei Punkte. Oben links habt ihr GPS als auch die App. Die sind beide durchgestrichen. Das bedeutet, dass beides gerade deaktiviert ist. Hier oben Datum, Uhrzeit. Und ihr seht diese zwei Punkte. Wir wischen jetzt einmal nach rechts. Hier kommen wir zu Verbindungen. Dazu kommen wir später nochmal. Da zeige ich euch, wie ihr die GoPro mit eurem Smartphone oder Tablet verbinden könnt. Und wenn wir jetzt auf Einstellungen gehen, können wir zum Beispiel auf Allgemein klicken. Signal-Lautstärke habe ich auf Niedrig gestellt. Das ist dieses Piepsen, was ihr die ganze Zeit hört. Das wäre Laut. Das wäre Mittel. Und ich habe es grundsätzlich auf Niedrig eingestellt. Das hat folgenden Grund. Ich möchte wissen, wann die Kamera etwas macht. Die Töne könnt ihr auch komplett ausschalten. Das zeige ich euch gleich, wie das funktioniert. Mir ist es allerdings wichtig, wenn die GoPro zum Beispiel in meiner Tasche ist und ich aus Versehen hier oben auf den Knopf gekommen bin und die Kamera in dem Moment ein Foto macht, dann habe ich das Piepen wenigstens gehört. Dann sage ich, ah Mist, die ist aus Versehen angegangen. Und dementsprechend kann ich dann sagen, ups, muss ich unbedingt ausschalten. Quick Capture war das mit dem Knopf hier oben, was ich euch vorhin erzählt habe. Das heißt, wenn die Kamera jetzt aus ist und ich tippe für zwei Sekunden oben hier drauf, dann fängt die Kamera an, Video zu machen. Wenn ich dann nochmal hier oben drauf tippe, stoppt die Kamera das Video, geht aus und ist quasi dann im Videomodus, hat sie schnell ein Video gemacht und ist ausgegangen. Das heißt, ihr müsst eure Kamera nicht permanent anlassen, nur weil ihr dann einen coolen Moment habt, wo ihr dann sagt, cool, das will ich jetzt aufnehmen. Und dann könnt ihr unten die Einstellungen vornehmen. In dem Fall können wir sagen, bitte ein Video aufnehmen, wenn ich hier oben zwei Sekunden drauf tippe. Und dann müsst ihr quasi nicht die Kamera an der Seite anmachen. Also der Bildschirm ist ziemlich, ziemlich empfindlich geworden, muss ich sagen. Ihr seht ja, ich will da eigentlich gar nicht drauf tippen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ansonsten nehme ich gleich so einen Display-Stift und gehe das Ganze dann mit euch so durch. Automatisch ausschalten. Vielleicht auch ganz interessant, wenn ihr die Kamera irgendwo stehen lassen habt und sagt, oh Mist, vergessen auszumachen. Kann ich euch empfehlen. Kommt, nehmt fünf Minuten. LEDs, alle ein, ihr könnt auch alle ausmachen. Wenn ihr alle einschaltet, seht ihr natürlich immer, wenn die Kamera was aufnimmt. Wenn ihr die Kamera allerdings zum Beispiel mit der Webcam-Funktion nutzt als Überwachungskamera, dann macht es natürlich Sinn, wenn ihr die LEDs ausschaltet. Allerdings seht ihr auch über die LEDs, ob die Kamera zum Beispiel gerade am Laden ist. Also eure Entscheidung. Anti-Flimmern? Das hatte ich bei der GoPro Hero 8 irgendwie nicht im Blick. Wenn ihr in Full HD zum Beispiel aufnehmen wollt, mit 50 Bilder oder 25 Bilder pro Sekunde, dann müsst ihr von 60 auf 50 Hertz umschalten. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Tada! Es kann ja sein, dass ihr eure Kamera in Englisch eingestellt habt, aber die Kamera die Sprachsteuerung zum Beispiel auf Deutsch nutzen möchtet. Oder es kann natürlich auch andersrum sein. Hier sind die verfügbaren Sprachen, die ihr alle auswählen könnt. Meine Güte! Also der Monitor ist richtig, richtig empfindlich, muss ich dazu sagen. Ich wähle nochmal hier oben. Nee, Japanisch auf keinen Fall. Koreanisch könnt ihr auswählen. Also es ist ja hier der letzte Krampf. Also so hatte ich das noch nicht mit keiner GoPro, dass der so empfindlich ist. Vielleicht muss ich doch wieder meinen Finger nehmen. Wählen wir Deutsch aus und das, nee, da geht es noch weiter. Aber ihr seht, das kann hier echt ein Krampf sein. Also wirklich, ich habe schon seit der GoPro Hero 2 benutze ich GoPro. Und ich glaube, seit der GoPro Hero 5 gibt es den Monitor hinten. Aber so empfindlich war es noch nicht. Sprachsteuerung. Mit der Sprachsteuerung könnt ihr die GoPro steuern, ohne dass ihr dafür die Knöpfe drücken müsst. Hier unten habt ihr eine Liste an Befehlen. Ich zeige euch das gleich. Ich möchte es euch nur nochmal zeigen. Hier sind sie alle. Und ihr müsst genau das sagen. Ansonsten funktioniert das Ganze nicht. Wenn ihr Bitte oder Danke sagt, dann versteht diese Kamera das nicht. Allerdings probieren wir jetzt mal folgendes aus. Die Tabelle gibt es übrigens, also die Liste an Sprachbefehlen, gibt es auch auf der GoPro Webseite. Damit ihr hier nicht immer so tief durchs Menü wischen müsst. Nur um diese Befehle zu sehen. GoPro Aufnahme starten. Seht ihr? Jetzt nimmt die Kamera automatisch ein Video auf. GoPro Aufnahme stoppen. Mal gucken, ob das geht. GoPro Foto Modus. GoPro Foto machen. Cool, oder? GoPro Video Modus. GoPro Aufnahme starten. GoPro Aufnahme stoppen. Hey, cool, oder? Um diese Sprachsteuerung zu deaktivieren, weil es kann auf Dauer auch manchmal recht nervig sein. Ich meine, das macht Fun und das macht auch Sinn. Wenn ihr zum Beispiel im Skiurlaub seid und habt dicke Handschuhe an, dann ist es natürlich der allerletzte Krampf, diese GoPro zu bedienen. Da macht so eine Sprachsteuerung natürlich Sinn. Und um die einfach auszuschalten, tippen wir hier auf die Kurzbefehle drauf. Die findet ihr, indem ihr einfach ins Hauptmenü geht. Und zwar wischt ihr von oben nach unten. Dann seid ihr in diesem Menü drin. Und dort, wo ein Balken erscheint, das ist wie quasi bei dem iPhone oder bei dem iPad mit diesen Balken unten. Von da wischt ihr dann quasi das Menü weg. Weil wir gerade eben bei den Tönen waren, die könnt ihr auch komplett ausschalten, indem ihr hier drauf tippt. Jetzt macht die GoPro keinen Ton mehr. Wenn ich zum Beispiel ein Video aufnehme, wenn ich das Video stoppen möchte, tippe ich einfach hier oben drauf. Und ihr hört nichts mehr. Ist natürlich auch gut. Ich lasse es zu Demo-Zwecken mal ein. Quick Capture, habe ich euch ja gesagt. Das ist quasi der Modus, der direkt ein Video startet, ohne dass ihr die Kamera von der Seite anmachen müsst. Kamera und die Aufnahme durch Drücken der Auslösertaste starten. Also das ist jetzt in dem Fall an. Ich demonstriere euch das mal. Ne, jetzt ist es an. Erst wenn es blau ist, dann ist es an. Ich wische das Menü weg. Wir schalten die Kamera mal aus. Und zwar tippt ihr dafür an der Seite drauf. Und jetzt tippe ich zwei Sekunden oben drauf. Passt auf, was passiert. Wir nehmen direkt ein Video auf. Oben läuft die Zeit. Wenn ich jetzt nochmal drauf tippe, stoppt die Kamera das Video und geht direkt wieder aus. So, um die Kamera jetzt dauerhaft einzuschalten, wieder an der Seite drauf tippen für zwei Sekunden. Und es dauert einen Augenblick. Jetzt ist er hochgefahren. Und wir gehen zurück ins Menü. Ihr könnt den Bildschirm sperren, indem ihr hier drauf tippt. Jetzt die Bildschirmsperre ein. Bildschirm ist gesperrt. Ihr müsst da drauf tippen. Jetzt ist er wieder entsperrt. Und um diese Bildschirmsperre aufzuheben, tippt ihr hier oben drauf. Ihr könnt euch auch ein Raster einblenden lassen. Guckt, jetzt seht ihr hier diese kleinen Linien. Falls ihr die Kamera irgendwie ganz gerade und genau ausrichten müsst oder möchtet. Bildschirm vorne. Ihr könnt quasi sagen, Bildschirm vorne, geh aus, geh an oder Display aus. Nur der Status wird vorne angezeigt. Das schauen wir uns am Ende übrigens nochmal an, wenn wir uns den vorderen Display anschauen. Das ist quasi die Einstellung, die ihr machen könnt. Vollbild ist quasi hier und auf der anderen Seite. Ausrichtungssperre an. Das heißt, ihr wollt nicht, dass die Kamera automatisch mitdreht. Es kann ja sein, dass ihr zum Beispiel einen Saugnapf habt und die Kamera quasi kopfüber an eure Fensterscheibe befestigen müsst, weil der Saugnapf vielleicht oben ist und unten nicht dran passt. Und dann ist es euch wichtig, dass die Kamera diese Ausrichtung beibehält. Und dafür gibt es diese Orientierung und das hier Max Lens Modus aktiviert. Aber wir haben ja gerade nicht diese Max Lens drauf. Das ist quasi dieses zusätzliche Objektiv. Und dann müsst ihr diesen Modus aktivieren, um diese Zusatzlinse nutzen zu können. Wir gehen nochmal zurück ins Menü. Hier sind nochmal die Displays. Bildschirmschoner auf der Rückseite. Nach zwei Minuten Ausrichtung quasi Querformat. Wir können auch alle einschalten. Das heißt, auch im Hochformat Bildschirmschoner Vorderseite anpassen und die Displayhelligkeit. Mehr gibt es hier drin nicht. Regional. Meine Güte. Regional. GPS ist geradeaus. Sprache können wir hier festlegen. Oben dann zurück. Mods. Sehr, sehr cool. Kann ich euch empfehlen. Es gibt ja so Media Mods heißen die. Bei der GoPro Hero 8 gab es zum Beispiel so ein Display, den ihr zu euch drehen könnt, damit ihr quasi eine Selfie-Kamera habt. Seit der GoPro Hero 8 gibt es hier so ein Media Mod, so nennt sich das. Das stöpselt hier quasi in den USB-C-Plug rein von der Kamera. Ich glaube, das wird dann entfernt. Und dann habt ihr hier oben noch ein externes Mikrofon für eine bessere Audioqualität, ein Blitzschuh, um eben auch ein anderes Mikrofon nutzen zu können. Und wenn ihr die anstöpselt oder zum Beispiel diese neue Linse, dann kriegt ihr hier auch was angezeigt. Ich habe das jetzt noch nicht. Gibt es jetzt gerade noch nicht. Wird es aber bald geben. Und dann könntet ihr hier quasi sagen, ja, aktivieren oder deaktivieren. Mit dem Stift funktioniert es ja auch nicht so gut. Info. Ich glaube, das ist relativ langweilig. GoPro Updates, Kamera Info. Ja, wunderbar. Ist alles cool. Akku Info, Kamera Info. Die ist quasi die Seriennummer, die Versionsnummer. Ich hatte übrigens schon ein Update gemacht. Wenn ihr die GoPro das erste Mal mit eurem Smartphone oder Tablet verbindet und es steht ein Update zur Verfügung und ihr seid mit eurem Smartphone oder mit eurem Tablet mit dem WLAN verbunden von euch zu Hause oder vielleicht auch mit dem 4G-Datennetz, dann könnt ihr direkt ein Update machen. Ihr könnt es allerdings auch lassen. Das ist euch überlassen. GoPro Updates. Ja, er sagt, dafür müssen wir quasi die Kamera mit dem Smartphone oder Tablet verbinden. Die App ist kostenlos. Und wie ich euch eben schon gesagt habe, die Verbindung zwischen eurer Kamera, eurem Tablet oder dem Smartphone ist komplett kostenlos. Nur, falls ihr im Ausland seid, zum Beispiel in der Karibik, ihr habt ein paar coole Videos hier unter Wasser mit der GoPro gemacht, möchtet die an eure Freunde schicken, dann übertragt ihr quasi das Material von der GoPro auf euer Smartphone oder eben Tablet. Und von da muss es ja irgendwie an eure Family oder Freunde geschickt werden. Da müsst ihr euch von diesem WLAN hier trennen. Dazu kommen wir aber am Ende nochmal. Und dann könnt ihr es erst an eure Freunde schicken. Und das könnte vielleicht was kosten im Ausland, je nachdem, welchen Vertrag ihr habt. Da könnte man sich ja mal als Welt zusammentun und sagen, so, wir machen Einheitspreis. Rechtliches, das ist relativ langweilig. Zurücksetzen. Wenn eure Speicherkarte voll ist und ihr habt eure Daten zu Hause auf eurem heimischen Rechner gesichert, dann kann ich euch empfehlen, hierüber die SD-Karte mal zu formatieren, die Voreinstellungen zurückzusetzen. Im Laufe des Videos werden immer mal wieder Tipps angezeigt. Und ich tippe diese Tipps immer weg, weil ich genau weiß, was da steht. Allerdings, falls ihr mal einen Tipp weggeklickt habt und ihr wollt den nochmal sehen, dann könnt ihr auf Tipps zurücksetzen der Kamera. Abbrechen. So, und falls ihr die Kamera verkaufen möchtet, irgendwann, weil ihr sagt, cool, es gibt ein neues Modell, aber meine Einstellungen, selbst ist völlig egal, ja. Aber ihr sagt, eure Einstellung, ich möchte, dass der neue Nutzer auch seinen Spaß hat und diesen Aufmacheffekt hat, oh, toll, neue Kamera quasi, seine neue tolle Kamera, dann könnt ihr zurück auf Werkseinstellungen setzen. Und dann kriegt euer Käufer quasi eine neue Kamera. Wir gehen raus aus dem Hauptmenü, weil mehr gibt es hier nicht, außer, dass es ein absoluter Krampf ist, weil der Display viel zu empfindlich geworden ist. Um jetzt da rauszugehen, hier unten seht ihr wieder die kleine Leiste, die schieben wir nach oben. Und dann sind wir im Videomodus und das wird uns ja angezeigt, weil hier oben eine Videokamera ist. Speicherkarte liegt drin, 256 GB, wir nehmen gerade in 4K 60 auf, im Weitwinkel, W-Weitwinkel und könnten mit dieser Auflösung, dieser Bildrate und diesem Aufnahmeformat 7 Stunden 42 Minuten aufzeichnen. 85% Akku aktuell, wir laden gerade, Kabel ist ja drin, Blitz wird angezeigt. So, dann haben wir hier einige Symbole, zum Beispiel die Lupe, meine Güte, funktioniert doch endlich. So, wir können quasi ins Bild reinzoomen, allerdings müsst ihr euch Folgendes vorstellen, die Kamera hat ja nur ein Objektiv. Das heißt, wenn ihr jetzt reinzoomt, das gibt es da nicht, wenn ihr jetzt reinzoomt, das ist digital gecroppt dann quasi, ihr zoomt nur digital ins Bild. Das ist allerdings kein echter Zoom. Ja, sonst müssten, ja, also so ein Objektiv hat die GoPro noch nicht und ich empfehle es euch nicht, das ist vielleicht hin und wieder ganz gut, um eine kleine Anpassung zu machen, allerdings wird dadurch das Bild nicht besser. Hier ist Hypersmooth, maximiert die Videostabilisierung mit straffem Bildausschnitt. Ja, sehr schön geschrieben, also das hier ist euer Bildstabilisator. Und wir nehmen jetzt gerade in 4K auf, wenn ihr zum Beispiel auf der Piste seid oder mit euren Freunden Mountainbike fahrt und ihr wollt ein richtig krass stabilisiertes Bild haben, dann könnte ich euch fast empfehlen, dass ihr die Auflösung ändert. Und zwar machen wir das jetzt mal, das können wir hier oben machen, indem wir hier drauf tippen und dann könnten wir auswählen, pass mal auf, kommen gleich nochmal dazu, 5K und dann kriegt ihr einen Hinweis, dein Smartphone oder Computer muss HEVC, das ist das Bildformat, unterstützen, um diese Auflösung beziehungsweise Bildrate wiederzugeben. Ich sage euch im Ernst, ich habe ein iPhone 8 Plus, das kann kein 5K Video wiedergeben. Ich glaube, ich kann es übertragen, aber ich kriege das nicht in voller Auflösung auf meinem Smartphone gespielt. Das ist zum Beispiel einer dieser Tipps, von denen ich euch gerade erzählt habe, die könnt ihr zurücksetzen, falls ihr die mal wegklickt. Ich möchte den zum Beispiel gar nicht mehr sehen und sage, okay, wir nehmen jetzt quasi in 5K 30 Bilder pro Sekunde auf und ich habe euch ja gerade was von Piste gesagt und jetzt wollt ihr ein super stabilisiertes Bild haben. Das heißt, er nimmt jetzt zwar in 5K auf, muss das Bild allerdings gut beschneiden, um gut stabilisieren zu können. Das heißt, euch geht einiges vom Rand flöten und das seht ihr, indem ich hier mal drauf tippe. Jetzt ist es deaktiviert. Ihr seht jetzt also mehr. Guckt mal, hier ist diese Blume. Und wenn ich den Bildstabilisator wieder anschalte, wird das Bild kleiner. Dafür habt ihr ein richtig krass stabilisiertes Bild und da macht zum Beispiel so eine Auflösung von 5K richtig Sinn, weil ihr dann quasi immer noch ein 4K-Bild habt. Da steht zwar immer noch 5K, aber ich sage mal, ihr kroppt bestimmt rein bis 4K. Ich mag mich jetzt auch täuschen, allerdings sieht das für mich eher wie 4K dann aus. Allerdings habt ihr es dadurch richtig stabilisiert. Das ist ein Boost aus. Lupe haben wir gerade drüber gesprochen. Hier unten könnt ihr den Bildausschnitt festlegen. Wir haben jetzt gerade ein 16 bis 34 Millimeter. Das hier wäre linear. Ihr seht, die Ecken werden begradigt. Und das ist jetzt ein 19 bis 39 Millimeter. Hier unten habt ihr linear plus Horizontausrichtung 19 bis 34 Millimeter. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel ein kleines Flugzeug habt, ein Sportflugzeug oder eine Cessna, und ihr befestigt diese Kamera an der Dragfläche und ihr fliegt eine Kurve, dann begradigt die Kamera digital intern den Horizont. Cool, oder? Wenn ihr euch den GoPro-Teaser anschaut, also das Werbevideo von dieser GoPro, geht ihr einfach auf YouTube GoPro eintippen, oben in die Suchleiste. Als erstes wird euch der GoPro-Kanal mit über 9 Millionen Abonnenten angezeigt. Und da gibt es das Promo-Video. Da geht es circa zweieinhalb Minuten. Und da wird euch das gezeigt, was dieser Modus macht. Ziemlich nice. Und ansonsten eng. Das ist narrow. Ihr seht, der Ausschnitt wird immer kleiner. Aber denkt jetzt nicht, dass ihr reingezoomt habt. Die Kamera croppt quasi das Bild und zeigt euch nur einen kleineren Ausschnitt. Ich lasse das auf weit erstmal. Und dann gehen wir direkt ins Menü. Und da zeige ich euch, wie ihr die Auflösung ändern könnt. Diese Sachen hier sind neu seit der GoPro Hero 8. Ihr habt hier quasi so Presets. Meine Güte, das kann doch nicht sein. Ich habe meine Hände schon trocken gemacht, aber es ist so empfindlich, dass ich hier kaum scrollen kann. Hier unten ist ein Plus, dazu kommen wir gleich nochmal. Und die Kamera hat quasi einige Presets für euch rumliegen. Zum Beispiel, wenn ihr ein Slow-Motion-Video aufnehmen möchtet, gibt es hier unten ein Preset. Da steht drauf Slow-Mo. Jetzt würde sie quasi in 1080p aufnehmen, also in Full-HD. Gehen wir runter. Mit 240 Bildern pro Sekunde weit. Wenn ich hier drauf tippe und sage, das Preset gefällt mir nicht, ich würde gerne nur mit 120 Bildern pro Sekunde aufnehmen. Full-HD ist für mich in Ordnung. Dann tippe ich hier unten auf die 120. Wenn ich hier oben die 2,4K auswähle, dann bleibt mir nur 120 Bilder als Option. Ihr seht, die 240 ist grau. Das heißt, in 2,7K kann ich nur mit 120 Bildern aufnehmen. Wenn ich auf Full-HD klicke, dann könnte ich mit 120 als auch 240 Bildern pro Sekunde auswählen. So, und dann kriegt ihr wieder eine Warnung. Bei Aufnahmen mit 1080p, also Full-HD, 240 beziehungsweise 200 Frames pro Sekunde, ist die Videofunktion auf der Videoseite deaktiviert. Also auf der Vorderseite könnt ihr es dann, glaube ich, nicht sehen. Ist nicht so schlimm, die Kamera nimmt es ja da trotzdem auf. Wir wählen 120 und das ist jetzt ein kleines Beispiel. Ich meine, ihr könnt in alle diese Presets reingehen. Dann können wir der Kamera sagen, bitte nimm Invite auf oder es gefällt mir nicht, nimm Linear auf oder Eng. Oder im Superview. HyperSmooth ist an. Das ging vorher nur bis zu einer gewissen Bildrate bei der GoPro Hero 7 als auch bei der GoPro Hero 8, dass ihr den Bildstabilisator eigentlich gar nicht bei allen Auflösungen verwenden konntet. Aber hier bei der GoPro Hero 9 geht es endlich. Geplante Aufnahme, das ist natürlich krass. Ihr könnt jetzt quasi der Kamera sagen, bitte, das ist auch ein neues Feature, nimm ab 0 Uhr ein Video auf. Und das könnt ihr quasi 24 Stunden vorher festlegen. Das ist neu. Das ging vorher nicht. Ihr verlasst zum Beispiel euer Haus und das um 22 Uhr. Und ihr sagt, pass auf, ich mache mich um 21 Uhr fertig, werde es dann wahrscheinlich vergessen. Dann hängt ihr die Kamera draußen hin und sagt, ich möchte sehen, was von 22 Uhr bis 0 Uhr, wenn ich wiederkomme, passiert an meinem Haus. Dann könnt ihr der Kamera sagen, bitte Kamera ab 22 Uhr aufnehmen. Und dann gibt es ein neues Feature. Dann könnt ihr der Kamera auch sagen, bitte Kamera nimm dann ab 22 Uhr für 15 Minuten oder 2 Stunden oder 3 Stunden auf oder nur eine Minute, 30 Sekunden oder wie auch immer. Und dann stoppt die Kamera automatisch nach der vorgegebenen Zeit. Das heißt, ihr verlasst das Haus, kommt um 0 Uhr wieder und wollt genau wissen, was innerhalb der 2 Stunden passiert ist. Und das könnt ihr schon 24 Stunden vorher einstellen. Cool, oder? Dann kommt ihr wieder und seht quasi, was vor eurer Haustür passiert ist. Ihr kleinen Spione. Hinsight, das ist ein neues Feature. Damit, die Kamera ist quasi aus, aber nimmt auch irgendwie permanent auf. Ich weiß nicht genau, wie das GoPro mit der Software geregelt hat. Allerdings steht hier jetzt, starte dein Video mit den 15 Sekunden, die deine Kamera aufgenommen hat, bevor du die Auslösertaste gedrückt hast. Die nimmt quasi permanent auf. Und wenn du sagst, oh Mist, hätte ich mal 5 Sekunden früher drauf getippt. Ne, die GoPro hat ja schon vorher 15 Sekunden aufgenommen. Aha, das ist neu. Das geht auch bis 30 Sekunden vorher. Aber mehr nicht. Ich lasse es mal aus. Das Feature steht uns ja auch in den anderen Video-Modus, Modi, zur Verfügung. Das, wie gesagt, die Sachen hier, diese drei sind neu. Ziemlich coole Features. Hinsight werde ich wahrscheinlich niemals benutzen. Geplante Aufnahme ist natürlich mega geil, wenn ihr einen Zeitraffer aufnehmen möchtet. Zum Beispiel von diesem krassen Sonnenaufgang. Aber ihr wollt nicht um 5 Uhr aufstehen. Dann geplante Aufnahme. Ab 5 Uhr starten. 15 Minuten aufnehmen. Und die GoPro geht danach wieder aus. Ihr könnt ausschlafen. Und freut euch am Ende über den schönen Zeitraffer. Den Timer könnt ihr hier auch einschalten. Ich glaube, das ging vorher nicht. Quasi, ihr stellt euch vor die Kamera, könnt drei oder auch zehn Sekunden als Timer einstellen. Und wenn ihr das gemacht habt, zum Beispiel, weil ihr eine Tourenübung aufnehmen wollt und sagt, boah, ich will jetzt nicht direkt dahinter sein, sondern gib mir noch zehn Sekunden, um durchzuatmen, dann einfach den Timer auswählen. Hier oben auf Start drücken. Die Kamera fängt an zu piepen. Oder wenn ihr das Piepen halt ausgeschaltet habt, dann blinkt vorne das LED und dann nimmt sie erst nach zehn oder eben drei Sekunden auf. Pro Tune. Das ist eher was für Leute, die sich ein bisschen mit der Videomaterie schon vielleicht länger auskennen. Hier oben könnt ihr die Bitrate festlegen, falls ihr nachbearbeiten wollt. Die Verschlusszeit. Ich meine, wenn ihr noch nie was mit Videoaufnahmen oder sonst irgendwas gemacht habt und ihr wollt einfach nur coole Aufnahmen machen, dann braucht ihr hier diese ganzen Einstellungen nicht. Ansonsten, wenn ihr sagt, boah, nee, ich kenne mich genau aus und möchte genau fixe Verschlusszeiten nehmen, dann könnt ihr das hier einstellen. Belichtungskorrektur, also falls ihr den Eindruck habt, dass die, es ist immer ein bisschen zu dunkel oder immer ein bisschen zu hell, dann geht ihr auf die Belichtungskorrektur. Den Weißabgleich, den gibt es hier unten auch. Das heißt, wenn ihr sagt, das Bild ist mir immer so ein bisschen zu warm, dann geht die hier in Richtung kühl. Wenn ihr sagt, das Bild ist mir immer ein bisschen zu kühl, geht die hier in Richtung warm. Und das geht bis 6500 Kelvin oder 2300 Kelvin oder ihr lasst es einfach auf Auto. ISO Minimum. Interessant, wenn ihr zum Beispiel am Filmen seid und zwar abends und sagt, boah, nee, es ist mir viel zu viel Rauschen, wenn ich jetzt die ISO bis maximal 6400 pushe. Deshalb, liebe GoPro, bitte nur bis ISO 1600 aufnehmen. Schärfe ist auf hoch eingestellt. Bei Farbe könnt ihr den GoPro-Look entweder nehmen oder ihr macht ein entsättigtes Profil. Das wäre jetzt quasi flat. Damit habt ihr dann die Möglichkeit, im Nachhinein irgendwelche coolen Presets über eure Videos zu legen oder eben Color Grading zu machen. Raw Audio Aufnahme. Er stellt einen Raw Audio Track mit minimaler Verarbeitung. Er stellt einen Raw Audio Track mit moderater Verarbeitung oder hoch. Er stellt einen Raw Audio Track mit vollständiger Verarbeitung. Also ihr habt hier die Möglichkeit, das digitale Audio zu nutzen und sehr interessant, dieser Bereich hier unten, wie gesagt, wenn ihr manuelle Einstellungen vornehmen möchtet. Shortcuts können wir uns auch zurechtlegen, wenn wir in dem Slow-Mo-Modus sind. Zum Beispiel können wir uns unten links folgendes hinlegen. Hier gibt es so viele Optionen. Zum Beispiel die Farbe, Schärfe, Weißabgleich, Bitrate, Zoom. Was haben wir denn noch nicht? Geplante Aufnahme. Machen wir mal das, um euch zu zeigen, was da jetzt passiert. Das ist jetzt quasi unten links. Ich gehe jetzt raus aus dem Menü. Und unten links erscheint dann ein kleines Symbol. Und das ist dann die geplante Aufnahme. Ah, weil ihr habt ja hier gerade mehrere Symbole gehabt, weil wir im Videomodus waren. Da habt ihr hier diese kleinen Symbole schon gehabt. Und die könnt ihr euch auch festlegen, was ihr da unten sehen wollt und was nicht. Vielleicht ist euch auch der Bildschirm viel zu voll gepackt und ihr sagt, ich will da unten gar nichts sehen. Dann könnt ihr es ausschalten. Wenn ihr unten rechts ein anderes Logo haben wollt, was weiß ich, zum Beispiel den Weißabgleich, dann könnt ihr, indem ihr unten durchscrollt, euch aussuchen, hier zum Beispiel der Weißabgleich. Geht mal zurück. Zack, zack. Auf. Dann ist hier unten der Weißabgleich und den könnt ihr dann über dieses Quick-Menü direkt auswählen. Ich habe gerade was gemacht und ihr habt euch gerade wahrscheinlich gewundert, wie kommt er da drauf. Wenn ihr von unten nach oben scrollt, kommt ihr in die Wiedergabe. Wir nehmen direkt ein Video auf. Das ist jetzt quasi das Audio, was ich eben aufgenommen habe. Ich tippe mal auf Stopp. Hier oben habt ihr nämlich einen Lautsprecher. Das hat die GoPro drin. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Vor ein paar Jahren noch undenkbar gewesen. Hallo? Will sie gerade nicht. Also, hier können wir den Clip, den wir vorhin aufgenommen haben, löschen. Slow-Motion funktioniert in der Regel nur, wenn ihr mit einer hohen Bildrate aufgenommen, also Wiederholungsrate aufgenommen, Frames per Second. Wir können das Video vor- und zurück spulen oder wir können es uns markieren. Ihr sitzt im Flieger von der Karibik zurück nach Europa, habt 5000 Videos aufgenommen auf eurer 256 GB Speicherkarte, die ihr über meinen Link gekauft habt. Vielen Dank dafür. Und jetzt sitzt ihr quasi im Flieger und sagt euch, boah, ich habe so viele Clips aufgenommen und ich möchte zu Hause gerne nur noch die Markierten in die nähere Urlaubsauswahl bringen, die ich dann im Nachhinein meinen Freunden zeige. Dann könnt ihr hier unten ein Highlight setzen und habt quasi in der App als auch in der Kamera diese Clips markiert. Ich empfehle euch auch die GoPro Software für Mac als auch den PC und darüber habt ihr dann die Möglichkeit, auch diese Highlights zu sehen. Um alle Videos beziehungsweise alle Fotos zu sehen, tippt ihr oben auf diese Kacheln hier oben drauf und hier sind alle Dinge, die ich schon für euch aufgenommen habe. Das Menü schauen wir uns später nochmal an. Ist sehr interessant und wenn ihr zum Beispiel die letzten Clips löschen wollt, könnt ihr oben rechts auf Auswählen tippen und könnt sie löschen oder falls ihr euch vertippt habt, auch behalten tippen. Ich lösche sie jetzt mal und um aus diesem Menü rauszugehen, oben und jetzt habt ihr oben diese Leiste, diese kleine Graue und die schiebt ihr jetzt nach unten und jetzt seid ihr wieder im Slow-Mo-Video-Modus. Roger! Das ist quasi eins der Preset, die wir hier haben. Kino gibt er euch zum Beispiel als Vorschlag 4K, 30 Bilder und mit begradigtem Horizont. Das könnt ihr, wie gesagt, ihr könnt diese ganzen Presets bearbeiten, bis der Arzt kommt und sagt, das passt mir eigentlich gar nicht, wenn ich irgendwelche Kino-artigen Aufnahmen machen möchte, dann hätte ich das vielleicht schon gerne in 5K mit 24 Bildern pro Sekunde und ich zeige euch das mal, das wird dann euch auch so abgespeichert. Kino ist quasi 5K als Auflösung, 24 Bilder pro Sekunde und er begradigt den Linie und begradigt, das Plus steht glaube ich, dass er den Horizont begradigt. Bleiben wir im ganz normalen Videomodus. Standard, das wäre hier oben und jetzt sagen wir cool. Wir möchten jetzt nicht in 5K aufnehmen, das ist uns viel zu viel, braucht keiner Sau und wir hätten gerne nur Full HD, also 1080p und da nehmen wir gerne mit 60 Bildern pro Sekunde auf. Tippt einmal auf dieses mittlere Symbol drauf, Objektiv habe ich euch eben schon gezeigt, ist jetzt weit eingestellt, Hyper Smooth, hier sind verschiedene Bildstabilisierung, hier steht stabilisiertes Video, beschneidet, Weitwinkelobjektiv um 10%, das war das, was ich euch vorhin erzählt habe, das Gute ist an der Auflösung von 5K, dass das Video zwar gekroppt wird, aber ihr habt immer noch eine brutale Auflösung danach, dann gibt es hoch, ist immer noch 10% oder hier maximale Stabilisierung mit straffen Bildausschnitt, jawohl, oh jetzt hat gerade meine Kamera abgeschaltet, weil ich die 29 Minuten 59 Sekunden erreicht habe, Danke kennen oder wir schalten den Bildstabilisator aus. Hier könnt ihr auch die geplante Aufnahme festlegen, falls ihr zu müde seid morgen aufzustehen und wollt die Kamera ein Video machen lassen, könnt ihr natürlich sagen, bitte Kamera nimmt für 15 Minuten oder 2 Stunden oder was weiß ich auf, den Timer könnt ihr euch einstellen lassen, den Zoom, Protune haben wir eben schon drüber gesprochen, für die Leute, die etwas mehr ins Detail gehen möchten, Shortcuts, und wenn ihr zu dem Standard wieder her wollt, wie dieses Preset war, als ihr die Kamera das erste Mal ausgepackt habt, dann könnt ihr unten auf Wiederherstellen tippen. Ich hoffe, ich hatte es eben aufgenommen, weil meine Kamera abgeschmiert ist, weil sie wahrscheinlich zu warm geworden ist, also mit der ich hier gerade das Tutorial filme und deshalb gucken wir nochmal, falls ich es nicht aufgenommen habe, dass ich es euch jetzt schon nochmal zeigen kann. 4K, 24 Bilder pro Sekunde, weit. 7 Stunden, 22 Minuten können wir auswählen. Wenn wir hier den Superview-Modus einschalten würden, das zeige ich euch mal, stehen uns zwei Sachen nicht zur Verfügung. Einmal die Lupe nicht und das Slow-Motion-Symbol ebenfalls nicht. wechseln wir wieder in den Weitwinkel, in das Weitwinkel. Dann nehmen wir gerade in 4K, 24 Bilder pro Sekunde auf, weit. Jetzt möchten wir gerne direkt eine Slow-Motion-Aufnahme machen, da diese Kamera ja nur in 4K mit maximal 50 beziehungsweise 60 Bildern pro Sekunde aufnehmen kann, passiert folgendes, sie schaltet in die höchste Bildrate in der Auflösung, die ihr zur Verfügung steht. In dem Fall ist es 4K, 50 Bilder pro Sekunde, Weitwinkel. Jetzt nehme ich mal kurz was auf, zack, zack, zack. Tipp auf Stopp. Scrolle von unten nach oben und hier wird mir das Ganze angezeigt. Jetzt möchte ich es gerne in Slow-Motion sehen. Ich mache es nochmal. Und das ist kein wirkliches Slow-Motion. So richtige Slow-Motion gibt es ab 100 Bilder pro Sekunde, aber das ist das Slow-Motion, was uns hier eben in 4K zur Verfügung steht. Hier oben können wir übrigens noch die Lautstärke festlegen, indem wir kurz drauf tippen, also ganz laut, mittellaut oder eben aus. Ich mache es mal auf mittellaut. Schiebe ich es wieder runter, sind wir wieder im Hauptbildschirm vom Video-Modus. Falls ihr das Gefühl habt, dass die Kamera zum Beispiel gerade überbelichtet oder unterbelichtet und ihr wollt es eigentlich ein bisschen heller oder dunkler haben, könnt ihr länger drauf tippen und setzt quasi die Belichtung in die richtige Ecke, da wo ihr sie haben wollt, bestätigt das Ganze mit OK. Ich zeige euch das nochmal. Ja, der Bildschirm ist relativ empfindlich und in der Ecke da hinten wird jetzt quasi die Belichtung automatisch angepasst. Das heißt, wenn es hier viel zu hell ist und eigentlich wolltet und hier seht ihr zum Beispiel eine dunkle Hausseite zum Beispiel, wo hier der Schatten ist und ihr möchtet gerne, dass diese Ecke hier eigentlich korrekt belichtet wird, länger drauf tippen und dann könnt ihr die Belichtungskorrektur in die richtige Ecke schieben. Als nächstes schauen wir uns den Fotomodus an. Ich deaktiviere noch die Slowmotion und dann seht ihr, die Auflösung bleibt bei 4K. Allerdings springt die Frames pro Sekunde als Bildrate wieder zurück auf 24 und wir nehmen ihn weit auf. An der Seite einmal drauf tippen und dann sind wir schon im Fotomodus. Im Fotomodus stehen uns folgende Sachen zur Verfügung. Oben seht ihr, die Speicherkarte ist grün, also wir haben eine Speicherkarte eingelegt, 999 plus. Das bedeutet, dass wir mehr als 999 Fotos machen können mit der Speicherkarte, die gerade drin liegt. Wahrscheinlich weit über 20.000. 256 GB Karte ist drinnen. Wir befinden uns im dritten Reiter. In der Mitte wäre quasi der Videomodus und ganz links der Zeitraffer-Modus. Oben rechts die Akkuanzeige. Foto. Hier unten haben wir die Lupe. Wir können quasi ins Bild reinzoomen. Achtung, das ist ein digitaler Zoom. Diese GoPro Hero 9 hatte jetzt eine höhere Auflösung. Ich glaube, 22 oder 23 Megapixel. Vorher hatten die GoPros immer nur Auflösungen bis zu 12 Megapixel und die ersten sogar, glaube ich, nur 8 Megapixel. Das Ganze funktioniert übrigens nicht. Das Reinsoomen ist ein digitaler Zoom. Die Kamera zoomt quasi nicht wirklich rein. Sie beschneidet euer Bild. Das funktioniert nicht, wenn wir in RAW aufnehmen und in RAW können wir auch nicht das Objektiv festlegen. Also quasi, ob wir einen Weitwinkel aufnehmen möchten, sondern da gibt es eben nur eine Möglichkeit. Ich mache jetzt mal ein Foto in RAW. Warum solltet ihr überhaupt in RAW fotografieren? Das spielt eine Rolle, wenn ihr die Bilder gerne nachbearbeiten möchtet. Also zum Beispiel einen coolen Bildlook drüberlegen möchtet, viel mit Adobe Lightroom arbeitet. Da macht RAW wirklich Sinn. Wenn ihr einfach nur ein cooles Foto machen wollt, bleibt doch einfach auf Standard. Ich gehe mal zurück, dann habt ihr auch alles zur Verfügung. Wir können quasi reinzoomen. Wir können das Objektiv festlegen, also Scheinobjektiv ist ja quasi nur digital. Das wäre jetzt ein 19 bis 39 Millimeter und ihr seht, bei Linear werden die ganzen Kanten begradigt. Guckt mal hinten auf den Bildschirmrand, der ist jetzt gerade. Eng wäre das hier und wenn ich jetzt wieder auf Weit gehe, dann gibt es diesen Fisheye-Look. Das seht ihr hinten ganz gut an der Kante. Ich mache jetzt einfach mal ein Foto. Zack. Oh, jetzt wird uns hier wieder was angezeigt. Diese kleinen Tipps tauchen hin und wieder auf, wenn ihr eines der ganzen Features das erste Mal benutzt und das gucken wir uns gleich an, was er mit dem Highlight meinte. Das habe ich euch ja schon im Videomodus gezeigt. Timer könnt ihr festlegen. GoPro steht bei euch im Bücherregal. Die Familie ist zu Besuch. Zehn Sekunden Timer, tippt drauf, geht schnell zu eurer Family, stellt euch dazu, lacht, Arme aneinander, sagt Achtung, jetzt alle Augen auf und lachen und die Kamera hat gerade ein Foto gemacht mit einem Timer von zehn Sekunden. Schalten wir das Ganze wieder aus, tippt ihr oben drauf, Kamera macht ein Bild ohne Timer. An Alternativ könnt ihr hier noch in HDR aufnehmen. Interessant, wenn es viele verschiedene Lichtsituationen gibt, zum Beispiel viele Schatten als auch viel Sonne. Da macht HDR Sinn. So, alternativ können wir noch ein super Foto aufnehmen. Ich glaube, ich weiß es nicht 100%, da wählt die Kamera aus, was für, was sie denkt am besten gerade zur Situation passt, ob es HDR ist oder ob es ein ganz normales Foto ist. Wie gesagt, ich bearbeite meine Fotos am liebsten, deshalb nehme ich grundsätzlich in RAW auf. Damit uns jetzt alles angezeigt wird, bleiben wir mal kurz bei Standard. Ich sage euch auch nur, was ich gerne brauche, wenn ihr sagt, hey, es muss einfach nur ein Foto sein, ich gehe dann zum Beispiel in mein iPhone rein, übertrage mir das Foto, setze dann einen coolen Bildlook drüber, zum Beispiel dann über Instagram, reicht vollkommen aus. Tippt ihr unten drauf, habt ihr hier so eine, die ganzen Presets, die ihr auch im Videomodus hattet. Wenn ich jetzt zum Beispiel Sportler wäre, dann setze ich mir doch die Serienfotos an oberster Stelle, tippe zurück und dann steht oben das Serienfoto. Kann ich zum Beispiel auf Bearbeiten tippen, kann ich das Objektiv quasi festlegen, ob es ein Weitwinkel ist, nah oder linear. Dann die Serienfotorate. Hier können wir bitte sagen, liebe GoPro, bitte zehn Bilder in drei Sekunden aufnehmen. Das Maximale, was wir können, wären, liebe GoPro, macht bitte 30 Bilder in zehn Sekunden. Ich zeige euch das jetzt mal. Vorher gucken wir nochmal gerade, was es hier unten gibt. Also Ausgabe wäre jetzt Standard oder RAW geht auch. Achtet auf die Lese-Schreibgeschwindigkeit, dass ihr eine schnelle Speicherkarte habt. Das könnt ihr das Ganze sonst einschränken. Wie gesagt, hier ist die Speicherkarte, die ich benutze. Absoluter Tipp. Geplante Aufnahme. Wenn ihr sagt, ich mache die Übung ja heute um 14.23 Uhr ist unser Tanzwettbewerb und da bin ich genau auf der Bühne und ich traue meiner Oma nicht zu, dass sie die Kamera bedienen kann, aber ich habe ein Stativ dabei und die Kamera. Dann sagt ihr der Kamera ab, welcher Uhrzeit ihr dran seid und dann macht die Kamera das von ganz allein. Timer könnt ihr auch festlegen. Pro Tune, weißabgleich, sagt ihr, das Licht in der Halle ist ein bisschen zu kühl. Ich möchte es gerne etwas wärmer haben. Das könnt ihr dann mit dem Weißabgleich regeln. Minimale ISO, maximale ISO. Ihr sagt, boah, es ist genügend Licht vorhanden. Dann möchte ich gerne die ISO auf, was weiß ich, 1600 beschränken, damit das Bild am Ende nicht so rauscht, weil es ist ja ein relativ kleiner Bildsensor drin. Je größer der Sensor, desto weniger rauschen. Die Schärfe könnt ihr auf hoch oder was gibt es da noch setzen? Mittel oder niedrig. Ich lasse die auf hoch. Ich habe genügend Speicherplatz. Daran soll es nicht mangeln. Ihr könnt ja auch hier das Farbprofil festlegen. Das wäre hier wieder so ein Flat Profile. Ziemlich cool für Nachbearbeitung. Ja, meinetwegen. Shortcuts, wie eben auch schon im Videomodus gezeigt, die könnt ihr unten festlegen. Wenn ihr sagt, unten rechts soll vielleicht nicht der Zoom sein, sondern Serienfotorate, was vielleicht Sinn macht, dann bleibt ihr da drauf und gehen wir auf zurück. Hier können wir jetzt quasi die Fotoserienrate festlegen. 30 Bilder in 6 Sekunden. Tippen oben drauf. Das waren jetzt gerade, mal kurz gucken, nicht, dass ich mich jetzt vertue, das waren jetzt gerade 30 Bilder, die die Kamera aufgenommen hat, in 6 Sekunden. Um euch diese Fotos anzuzeigen, von unten nach oben scrollen und da zeigt er euch jetzt quasi die Serie, die wir gerade aufgenommen haben, in so einer kleinen Vorschau, dann könnt ihr sagen, stopp, ich möchte jetzt gerne zum Bild 12 springen, um mir das anzuschauen und das möchte ich später verwenden, aber ich möchte es mir später nicht raussuchen, weil ich vielleicht an dem Tag 5000 Fotos aufgenommen habe, deshalb setzen wir uns hier ein Highlight Tag, um genau dieses Bild später zum Beispiel in der GoPro App oder in der Software wiederzufinden. Das hier zum Beispiel hat uns gar nicht gefallen, deshalb löschen wir das oder die ganze Serie hat uns nicht gefallen, deshalb löschen wir die ganze Serie, aber uns geht es jetzt nur um dieses Foto, das fanden wir nicht so toll und jetzt gucken wir mal, da war da noch irgendwas, das war jetzt Bild 25, das fanden wir auch noch ganz cool und Bild 26, ja, das ging, da setzen wir uns auch ein Highlight Tag. Klicken wir hier oben drauf, da sehen wir quasi wieder den Inhalt unserer Speicherkarte, hier sind die Videoclips, sonst würde hier unten so eine Zeit nicht angezeigt werden und hier oben sind quasi die Fotos, die wir aufgenommen haben. Um da jetzt wieder rauszugehen, wischt ihr quasi den Balken runter. Das ist ganz interessant für irgendwelche coolen Stunts, Sportübungen und mit der Aufnahmezeit hier, also mit dem geplante Aufnahme, das ist einfach cool, weil ich meine, für sowas macht es ja genau Sinn, ja, wenn ihr dann quasi sagt, boah, ich habe genau meinen Auftritt um 10.43 Uhr, ja, oder um 22.43 Uhr, was auch immer. Bitte nimm es da auf und bitte GoPro, wo steht die Dauer? Das ist jetzt der Timer, steht ja auch nur Dauer. Die Dauer steht ja tatsächlich nicht, also ab da nimmt er das quasi dann auf, ach ja, Dauer macht ja keinen Sinn, weil die Dauer steht ja hier schon, er nimmt es dann für 6 Sekunden auf und zwar dann die 30 Bilder. Ich deaktiviere das, sonst macht das gleich noch die GoPro und das will ich jetzt gerade nicht. Live Burst, ganz interessant, hier nimmt die Kamera quasi auch eine Serie auf, allerdings mit einer geringeren Auflösung, nur 8 Megapixel, geplante Aufnahme, könnt ihr hier wieder festlegen, wann sie es aufnehmen soll, Timer, ja, sagen wir jetzt mal zum Beispiel in 3 Sekunden, zack, und da nimmt die Kamera quasi eine Serie an Bildern auf, ja, hier unten, nur dass ihr es wisst, könnt ihr quasi alles andere wieder festlegen, so wie im Foto, als auch im Videomodus, ja, Pro Tune, die ganzen Shortcuts, das ist überall das Gleiche, nur dieses Menü hier oben ist minimal verändert. also Live Burst, nehmen wir jetzt eine Serie auf und die Kamera nimmt tatsächlich ähm, also bewegte Fotos und ich glaube, der Ton ist auch dabei. wir haben den Timer aktiviert, pass auf, jetzt geht es gleich los, yeah, 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 cool. So, jetzt schauen wir uns diese Serie an, indem wir wieder von unten nach oben wischen, tippen wir auf Start, pass auf, jetzt geht es mal los, yeah, yeah, pass auf, jetzt geht es mal los, yeah, das ist wie von einem iPhone, vielleicht hat ja einer von euch da draußen ein iPhone und nimmt Live-Fotos auf, das ist so dieser kleine gelbe Gringel, der manchmal auf eurem Bildschirm erscheint, wenn ihr dann in eure Bildergalerie geht und dieses Bild mit dem Gringel antippt und länger auf euren Bildschirm tippt, dann merkt ihr, oh, das ist eigentlich ein Foto, aber auch gleichzeitig ein Video, also so eine Mischung aus beiden, ja, brauche ich absolut nicht, wüsste jetzt auch gar nicht, wo ich sowas verwenden sollte, aber gut, die Kamera hat es. Nachtfoto, das ist allerdings ganz interessant, weil, wenn ihr das Prinzip der Fotografie verstanden habt, ich erinnere gerne noch an mein Video auf meinem YouTube-Kanal, Fotografieren lernen für Anfänger, ich empfehle es jedem, der eine Kamera hat, danach werdet ihr eure Kamera bedienen können, versprochen. Wenn ihr das Prinzip versteht, kriegt ihr die richtig coolen Bilder hin, denn bei Nachtfoto, ganz wichtig, ist die Verschlusszeit. Ihr möchtet jetzt einen Sternenhimmel aufnehmen oder ihr möchtet die vorbeifahrenden Autos aufnehmen und am Ende nicht das einzelne Auto haben, sondern diese Lichtschweife. Dann sagt dir einfach der Kamera, du nimmst jetzt zehn Sekunden, ist die Verschlusszeit, du nimmst jetzt quasi mit zehn Sekunden auf. Das heißt, die Kamera belichtet das Bild für zehn Sekunden. Wenn es draußen dunkel ist und ihr ein Stativ dabei habt, dann macht doch einfach Folgendes. Ihr steht zum Beispiel auf einer Brücke, einer Autobahnbrücke, sagt, ich will meine ISO eigentlich gar nicht so hoch pushen, ich will die beste Bildqualität überhaupt haben, deshalb geht ihr mit der ISO nach unten. Je geringer die ISO, desto weniger Bildrauschen habt ihr und jetzt sagt ihr, das ist unsere maximale ISO, die wir heute verwenden möchten. Den Weißabgleich legt ihr selber fest. Schärfe hoch, Flat Profile, dann haben wir weniger Kontrast im Bild drin, vielleicht ganz interessant für Nachtaufnahmen. Shortcuts ist klar, könnt ihr unten wieder festlegen und jetzt macht ihr folgendes, ihr belichtet jetzt für zehn Sekunden. Ich verspreche euch, wenn ich jetzt ein Bild aufnehme und das jetzt zehn Sekunden belichte, sehen wir am Ende nur weiß, weil ich ja hier schon ein künstliches Licht habe und die Kamera quasi jetzt noch zehn Sekunden länger belichtet und wir werden gleich nur ein weißes Bild sehen. Beispiel, was ich euch eben genannt habe, wenn ihr allerdings bei Dunkelheit irgendwo steht, Sternenhimmel zum Beispiel und macht Nachtzeitraffer. Dazu kommen wir gleich. Da müsst ihr eine längere Verschlusszeit nehmen und dann kriegt ihr sogar mit eurer GoPro trotz des kleinen Sensors eine richtig coole Nachtaufnahme hin und wie versprochen, alles weiß. Das Foto brauchen wir natürlich nicht, deshalb löschen wir es von unserer Speicherkarte. Belichte ich jetzt mit einer geringeren Verschlusszeit, zum Beispiel zwei Sekunden. Sage ich euch, es ist, glaube ich, immer noch ein bisschen zu hell. Pass mal auf. Jetzt belichtet sie erst für zwei Sekunden. Das eben war nur ein Timer für drei Sekunden. Den Timer mache ich mal aus, damit ihr nicht verwirrt seid, warum da zwei Zeiten laufen. Also Timer ist jetzt aus. Wenn ich jetzt drauf tippe, fängt die Kamera an für zwei Sekunden zu belichten. Eins, zwei. Und ich denke, es ist immer noch viel zu hell. Aber ihr seht, jetzt erkennt ihr einen Ticken die Pflanze da hinten. Und das ist jetzt quasi zwei Sekunden belichtet. Das Bild brauchen wir natürlich auch nicht und löschen es. Raus aus dem Menü und zurück in den Fotomodus. Und ich habe ja schon gesagt, wie gesagt, Timer. Hier unten ist das Objektiv, was ihr festlegen könnt. Hier könnt ihr zwischen RAW, HDR, Superfoto und Standardfoto auswählen. Der Zoom, wie gesagt, manche Dinge funktionieren nicht, wenn ihr in RAW aufnehmt. Dafür habt ihr hier die meisten Möglichkeiten in der Nachbearbeitung. Die Bilder sind etwas größer, sind quasi nicht mehr so 5 MB, sondern eher so 10 MB an Datengröße. Aber Speicherplatz kostet ja heute nicht mehr ganz so viel und wer gern coole Bildlooks drauflegen möchte oder in der Nachbearbeitung eher in Richtung professionell gehen möchte, nehmt doch einfach in RAW auf. Ja, das war der Fotomodus, ihr Lieben. Und jetzt geht es in den Zeitraffer-Modus. Und da wischen wir mal hin, damit wir nicht den Knopf an der Seite immer benutzen. und jetzt geht es in den Zeitraffer-Modus. Hier oben seht ihr das Symbol, wir befinden uns ganz links, Zeitraffer-Modus, in der Mitte ist das Video-Symbol und ganz rechts wäre quasi unser Fotomodus. Auch hier die Akku-Anzeige. Wir laden nach wie vor. Der Akku lädt nicht, weil warum eigentlich, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil wir gerade die ganze Zeit was am Machen sind. aber uns soll es nicht stören, denn die Kamera geht so auf jeden Fall nicht aus bei 91% und Dauerstrom. Hier unten wieder ein paar Symbole, die ich euch gleich erkläre. Hier unten legt ihr wieder das Objektiv fest, was ihr aufnehmt, wie ihr auch gerade aufnehmen möchtet. mit Linear, Eng oder was war das andere? Also N ist Narrow, also Eng. Linear plus Horizont-Ausrichtung. Also das ist wieder ein cooles Feature, weil das war das quasi, wenn ihr einen stabilisiert, Time Warp, also erstmal dazu, ja, Time Warp ist ein stabilisiertes Zeitraffer. Ich blende euch jetzt den Unterschied ein zwischen einem Zeitraffer und einem Time Warp-Video. Time Warp immer benutzen, wenn ihr Bewegungen mit drin habt. Wenn ihr zum Beispiel eine Autofahrt macht und fahrt durch den Grand Canyon und wollt das später als stabilisiertes Zeitraffer haben, weil es war recht häuptlich da, also super viele Steine hattet ihr im Weg, Schotterpisten und ihr wollt am Ende ein stabilisiertes Zeitraffer haben, dann Time Warp benutzen. Wenn ihr zu Hause seid und ihr wollt den Sternenhimmel aufnehmen, der bewegt sich zwar, aber die Kamera bewegt sich ja nicht, dann nehmt ihr einen Zeitraffer auf. Ich hoffe, das habt ihr verstanden. Also ihr bewegt euch, dann nehmt ihr Time Warp, alles andere bewegt sich, dann wählt ihr Zeitraffer aus und hier haben wir sogar noch den Horizontausgleich mit drinnen. Sehr cool, brauchen wir jetzt allerdings nicht. Wir bleiben im Weitwinkel. Hier habt ihr die Möglichkeit, auch wieder rein zu zoomen. Denkt dran, das ist ein digitaler Zoom und was haben wir hier unten? Die Geschwindigkeit von dem Time Warp. Reale Geschwindigkeit oder halbe Geschwindigkeit? Aha, so. Passt mal auf, ich tippe da mal drauf und wenn ihr meine Tipps haben wollt, da ich sage, Speicherplatz spielt heute gar nicht mehr so eine große Rolle, ich nehme grundsätzlich in 4K auf. Objektiv weit, Geschwindigkeit könnt ihr hier festlegen, da bin ich meistens so bei 10-facher Geschwindigkeit und da steht auch eine kleine Notiz dazu, Video 10-fach beschleunigen und stabilisieren. Tipp, aus 5 Minuten Aufnahme macht Time Warp 30 Sekunden. Einfacher kann man es nicht erklären. Geplante Aufnahme könnt ihr wieder festlegen, ich meine, ihr seid unterwegs und habt vielleicht nicht alle Hände frei, um die Kamera zu bedienen. Ihr wisst aber genau, dass ihr um 12.30 Uhr mit der Rakete in Richtung ISS startet und habt natürlich keine Hand frei im Space Shuttle, deshalb setzt ihr die geplante Zeit fest und ihr sagt, boah, innerhalb von 10 Minuten haben wir unsere Atmosphäre erreicht und sind im Orbit und dann wählt ihr hier die Dauer aus. Ihr könnt sogar noch sagen, Kamera, bitte 10 Sekunden vorher einen Timer laufen lassen, Zoom, Pro Tune habt ihr wieder Möglichkeiten, wie in jedem Menü, im Foto Menü, als auch im Video Menü, ISO, Schärfe, Flat Profile, Wind. Wind ist neu. Was macht Wind? Filtert automatisch übermäßige Windgeräusche heraus und Windreduzierung aus. Ich lasse das mal auf Auto. Ich war mir gar nicht bewusst, dass Time Warp mit Ton aufnimmt. Interessant. Shortcuts könnt ihr hier unten wieder festlegen. Quasi unten links sagt ihr, ah, da ist Objektiv. Was ist nicht vergeben? Oben links. Was können wir uns denn da hinsetzen? Wie wäre es denn mit Farbe? Pass mal auf, gehen wir mal raus. Wie gesagt, wir sind jetzt hier im Time Warp Menü drin. Das ist quasi unser Preset. Und hier sagen wir dann, ah, bitte im Flat Profile aufnehmen. Dann geht da Kontrast raus. Das seht ihr ja auch. Schauen wir weiter, ihr Lieben. Was wir hier noch für Presets haben. Zeitraffer Preset. Ich sage mal ganz ehrlich, ich wüsste jetzt nicht mehr, warum ich heute noch in Full HD aufnehmen sollte, außer ich müsste am Speicherplatz sparen. Nehmen wir an, ihr habt nur eine 32 GB Karte dabei und wollt damit einen ganzen Urlaub machen, habt keine Möglichkeit, die Daten zu sichern. Dann nehmt ihr natürlich in Full HD auf. Oder wenn ihr sagt, du, hier, 4K brauchen wir nicht, wir haben keinen Monitor, der das wiedergeben kann. Wir müssen später in der Nachbearbeitung auch gar nicht reinkroppen und uns einen gewissen Ausschnitt rausziehen. Deshalb brauchen wir die hohe Auflösung nicht. Dann nehmt ihr halt in Full HD auf. Objektiv können wir festlegen, formatieren, können wir sagen, uh, Zeitraffer Foto ist ein Unterschied. Also hier steht hier, nimmt eine Fotoserie auf, aus der du später die bestehenden, besten Aufnahmen auswählen kannst. Also wenn ihr ein Programm zu Hause habt, wo ihr am Ende aus den ganzen Fotos, die ihr aufgenommen habt, selber ein Zeitraffer machen könnt, dann nehmt einzelne Fotos auf. Bei einzelnen Fotos habt ihr die Möglichkeit, besser nachzubearbeiten, weil ihr quasi, zum Beispiel in Adobe Lightroom, einen coolen Bildstil drüber legen könnt. Dann könnt ihr das Ganze wahrscheinlich auch in RAW aufnehmen, gucken wir gleich mal nach. Könnt dann quasi diesen Bildstil auf alle Bilder synchronisieren und macht daraus dann in der Nachbearbeitung ein Zeitraffer Video, zum Beispiel an eurem Computer. Wenn ihr sagt, uh, GoPro, ich will gar nicht so tief in die Materie einsteigen, bitte mach du das lieber für mich, dann wählt ihr das Zeitraffer Video auf. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Kann ich hier jetzt RAW aufnehmen oder geht das nicht? Ich sehe es gerade, ah, da, passt mal auf. Ja, wir können dann in RAW aufnehmen. Allerdings ist dann das minimale Intervall springt auf fünf Sekunden. Ich glaube, das macht die GoPro zum Schutz. Denn wenn ihr eine Speicherkarte drinnen habt, in eurer Kamera, die nicht schnell genug die Daten schreiben kann, dann ist es für die Kamera wahrscheinlich kompliziert, jede 0,5 Sekunden oder jede Sekunde ein Bild aufzunehmen wegen der Lese-Schreibgeschwindigkeit eurer Karte. Deshalb ist hier das minimale Intervall bei fünf Sekunden. Und nur damit ihr das versteht. Also, die Kamera nimmt jetzt ein Zeitraffer Foto auf. Da steht es Foto als nicht Video, ja. Das Intervall sind fünf Sekunden und das Ganze in RAW. Das heißt, die Kamera macht jede fünf Sekunden ein Bild. Und wenn ihr zum Beispiel in Deutschland lebt und ihr habt eine Bildrate von 25 Bildern pro Sekunde, dann braucht ihr 25 Fotos, die im Intervall von fünf Sekunden jeweils gemacht worden sind, um eine Sekunde Videomaterial zu bekommen. Schalten wir das wieder um in Video, Zeitraffer Video, dann steht hier wieder die Auflösung. Dann können wir das Intervall deutlich nach unten schrauben. Jetzt sagen wir quasi der Kamera, bitte, mach alle 0,5 Sekunden ein Bild und füge das am Ende zusammen zu einem fertigen Zeitraffer Video in 4K. Je schneller irgendwas passiert, desto schneller würde ich auch das Intervall setzen, also in dem Fall 0,5 Sekunden. Angenommen, ihr baut euer Haus oder ihr baut ein Carport für euer Haus, für euer Auto, was weiß ich ja, nicht für euer Haus, aber an euer Haus. Und jetzt habt ihr die Kamera, die stellt ihr auf ein Stativ, stellt es irgendwo in den Garten und sagt, boah Kamera, du nimmst jetzt bitte jede zwei Minuten ein Foto auf. Also macht es ein Foto und fügt das am Ende in ein fertiges 4K-Video zusammen. das heißt, weil wir gerade in 50 Hertz aufnehmen, Anti-Flimmer sage ich nur, das hatten wir am Anfang eingestellt, müsst ihr, um eine Minute, um eine Sekunde Videomaterial zu bekommen, muss die Kamera recht lange da stehen, denn die Kamera macht dann quasi am Ende ein 4K-Zeitraffer-Video und um dieses Video zu bekommen, macht sie jede zwei Minuten ein Bild und 25 Bilder ergeben dann eine Sekunde Videomaterial. Und wie gesagt, wenn ihr dann sowas baut, wie ein Carport, ein Haus, ihr macht euren Garten neu oder was weiß ich, würde ich ein längeres Intervall nehmen. Wenn ihr sagt, nee, ich nehme jetzt eine Menschenmasse auf, die sich bewegt, dann macht es Sinn, ein schnelleres Intervall zu nehmen. Kommt ein bisschen auf die Situation drauf an, spielt mal ein bisschen rum, Learning by Doing, dann versteht ihr es am besten. Hier wieder geplante Aufnahme, das ist natürlich das, was super cool ist, ihr möchtet den Sonnenaufgang nicht verpassen, möchtet allerdings auch nicht aufstehen, deshalb geplante Aufnahme und dann könnt ihr die Dauer festlegen. Ihr sagt, bitte liebe Kamera, ich möchte nicht um 4.30 Uhr aufstehen, um den Sonnenaufgang zu nehmen, aber du kannst es ja für mich machen. Kamera steht bei euch im Garten auf dem Stativ oder ihr seid im Grand Canyon unterwegs, dann wählt ihr ein und legt die Dauer dann fest und sagt, der Sonnenaufgang, der geht circa 30 Minuten und dann nimmt die Kamera für 30 Minuten auf und schaltet sich dann automatisch wieder ab. Cool, oder? Timer, Pro Tune sind wir schon durchgegangen und hier unten, wenn ihr sagt, ich will es wieder auf Standardeinstellungen wiederherstellen, dann müsst ihr auch wiederherstellen tippen. Ich gehe oben auf zurück, das war Zeitraffer, Nachtzeitraffer, tata, das ist das Interessante. Wenn ihr nachts ein ganz normales Zeitraffer aufnehmt, dann sieht das Ganze relativ rauschig aus, ja, weil die Kamera hat nicht so einen großen Sensor drin, ist wenig Licht vorhanden, da empfehle ich euch jetzt folgendes, ihr habt nicht viel Licht draußen, möchtet den Sternenhimmel aufnehmen, dann geht ihr in 4K, weil ihr eine gute Auflösung haben wollt, Weitwinkel, weil ihr viel Himmel drauf haben wollt und dann würde ich euch folgendes empfehlen, Zeitraffer-Foto bei Nacht, wichtig. Lieber habt ihr bei Nacht eine bessere Aufnahmequalität in der Hinsicht Foto als anstatt Video, weil Video halt mehr Rauschen mit sich bringt, ja. Das ist meine Empfehlung, da müsst ihr ein bisschen rumspielen, sagen, du, ich habe trotzdem genügend Licht, was weiß ich, ihr nehmt euer Werksgelände auf, dann macht ihr und habt draußen genügend Licht, dann bleibt ihr bei Video, aber ihr seid jetzt nun mal im Grand Canyon, wollt dann eine bessere Videoqualität haben, beziehungsweise Fotoqualität, um eben auf ISO zu verzichten und deshalb empfehle ich euch, das Ganze als Foto aufzunehmen. Intervall sagt ihr, ja, machen wir bitte alle 60 Sekunden ein Bild und dieses Bild von dem Sternenhimmel belichtest du bitte, liebe Kamera, für, kann man auch 10 Sekunden auswählen? Für 10 Sekunden. Das bedeutet jetzt folgendes, nehmt im Weitwinkel auf, ihr setzt am Ende die Fotos, die ihr aufgenommen habt, selber zusammen, die Kamera macht alle 60 Sekunden ein Bild und belichtet dann für 10 Sekunden und Ausgabe, gucken, was hier steht, Fotos, ja, und dann könnt ihr sogar sagen, bitte nimm es in RAW auf oder in JPEG, ich muss es gar nicht nachbearbeiten, das liegt dann an euch. Dann könnt ihr wieder die geplante Aufnahme festlegen, damit ihr vielleicht auch selber schlafen gehen könnt, wenn ihr im Zelt neben der Kamera seid, nehmt ihr, was ist den Sternenhimmel für 2 Stunden auf, Timer macht jetzt ja gar nicht so viel Sinn in der Hinsicht, den Weißabgleich könnt ihr festlegen, die maximale ISO könnt ihr zum Beispiel beschränken, weil ihr sagt, nee, die war eine bessere Fotoqualität, was ist die ISO 400 und ihr sagt, aah, bisschen weniger Kontrast für so einen Sternenhimmel, nehmt ihr in so einem flachen Farbprofil auf, Shortcuts könnt ihr euch hier unten wieder hinlegen, ihr seht jetzt ja, es ist ausgeschaltet und wir wollen das jetzt noch nicht zurücksetzen. So, und das ist jetzt quasi euer Preset, was ihr verändert habt, ich zeige euch das jetzt mal, das wird euch dann hier angezeigt. Das war der Zeitraffer-Modus, in dem wir uns gerade befunden haben. Yay! Schauen wir uns doch mal den vorderen Bildschirm an. Ihr Lieben, wir befinden uns auf der Vorderseite der GoPro Hero 9. Ich habe die Klappe jetzt gerade offen gelassen, sieht ein bisschen doof aus, ich entschuldige mich dafür, das müsste jetzt auf die Seite, aber ich wollte jetzt hier nicht zu viel rummodellieren, weil ich gleich die Kamera wieder umdrehe, ich wollte euch nur kurz den vorderen Bildschirm erklären. Hier, wir sind nach wie vor im Nachtzeitraffer-Modus, wir können mehr als 999 Aufnahmen machen, die Akkuanzeige ist über 90% und hier unten sind die aktuellen Einstellungen. Tippen wir an der Seite einmal drauf, dann können wir zurück in den Videomodus wechseln und das Bild wird zwar jetzt ein bisschen gekroppt, und ist in Wahrheit ein bisschen mehr als das, was ihr hier sehen könnt, ist quasi nur eine kleine Kontrolle. Mit den aktuellen Einstellungen in 4K, 24 Bildern pro Sekunde im Weitwinkel können wir mehr als 7 Stunden aufnehmen, also in genau zu sein 7 Stunden und 22 Minuten unsere Akkuanzeige, weiter geht's, Fotomodus, mehr als 999 Aufnahmen, Foto und Weit, das war jetzt ein Foto, ihr könnt auch gerne noch eins machen, juhu, cool, also zum Kontrollieren reicht der Bildschirm, ich bin froh, dass einer mit reingekommen ist, ich drehe jetzt mal die Cam kurz um, kann sein, dass ihr einen Augenblick den Fokus nicht habt, da ist es aber wieder, ich gehe jetzt mal zurück, da haben wir ja gesagt, wir schauen uns nochmal den vorderen Bildschirm an und ich glaube, das war das hier, aktives Display, nur Status, drehen wir mal um, was uns dann hier angezeigt wird, aha, jetzt überträgt er quasi nicht das Bild und ich muss euch noch eins dazu sagen, also er zeigt uns quasi nur an, wir haben jetzt 179 Fotos aufgenommen, ich kann da auch gerne nochmal drauf tippen, dann macht die Kamera noch ein Foto und da steht jetzt 180, zeigt uns aber nicht mehr das Live-Bild an, wahrscheinlich verbraucht das Ganze auch so weniger Strom, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier einen großen Unterschied macht. In manchen Videoauflösungen, ich glaube in 5K, seht ihr hier vorne das Bild nicht mehr, das ist normal, ich glaube, die Kamera kann es dann einfach nicht wiedergeben, könnt ihr hier vorne eh nicht, das ist kein 5K-Bildschirm und auf die Rückseite natürlich auch nicht, aber ich will euch nur sagen und bei manchen Bildraten seht ihr hier vorne auch kein Bild mehr, zum Beispiel, was ist in 200 Bildern pro Sekunde, vielleicht wird es irgendwann mit einem Update gefixt, ich habe es zumindest ausprobiert und ich habe hier vorne nicht immer ein Bild gehabt. Erschreckt euch nicht und denkt, eure Kamera ist kaputt, es liegt eben an der Auflösung, die ihr eingestellt habt oder an der Bildrate. Ich gehe nochmal hier oben drauf und mache da Display aus, gucken was passiert und jetzt seht ihr hier vorne gar nichts mehr, wenn ihr nur ein Akku habt, was ich euch nicht empfehlen kann, ich empfehle immer mindestens zwei Akkus, seid in der Wüste oder Atacama, ihr seid in der Atacama-Wüste, ihr habt nur ein Akku dabei und ihr wollt vor euch die Lamas aufnehmen, macht den Bildschirm aus, dann habt ihr auf jeden Fall länger Spaß, falls ihr länger unterwegs seid. Um das Ganze jetzt wieder einzuschalten, geht ihr auf die Rückseite, tippt hier wieder drauf, Vollbild, yes! Geht zurück, tada! Und dann sind wir wieder vorne. Jetzt muss ich nochmal eine Sache kurz gucken, weil es mich gerade selber interessiert. Ich scrolle wieder von oben nach unten, gehe hier wieder drauf und sage aktives Display. Dann wollen wir ganz kurz gucken, was hier jetzt passiert. Es stellt die Kamera quasi alles dar, was wir aufnehmen können und deshalb gibt es hier unten diesen Rahmen. Ihr seht jetzt quasi das 16 zu 9 Format, ich muss mal kurz in den Videomodus gehen und gucken, was dann passiert, ob ich da mit meiner Vermutung recht hatte. Ja, genau! Also so seht ihr alles und wenn ihr das umschaltet, passt mal auf, Vollbild und dann zurückschaltet, dann seht ihr hier nur einen kleinen winzigen Ausschnitt. Ich starte jetzt mal das Video, seht ihr, da bin ich drinnen und ihr seht nicht alles, was die Kamera im Grunde gerade aufnimmt. Ich stoppe das Ganze jetzt noch mal, gehe zurück, wenn ihr das noch mal wisst, falls ihr es nicht verstanden habt. Jetzt sehe ich das aus, das passt mir eigentlich viel besser. Jetzt nehme ich auf und jetzt sehe ich tatsächlich, was die Kamera komplett aufnimmt. 4K, 24 weit und ihr seht jetzt viel mehr Ausschnitt, dafür wird es oben und unten gestaucht, dafür, dass ihr dann das 16 zu 9 Format aufnehmen könnt. Hallo. Das ist der vordere Bildschirm und jetzt, wie versprochen, zum Schluss, hier ist übrigens das Mikrofon, zack, 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 zack. Ja, zum Schluss zeige ich euch jetzt noch, wie ihr diese Kamera mit eurem Smartphone verbinden könnt. Ihr Hübschen, ich habe die Blende mal von meiner Kamera zugedreht, damit wir ein etwas schärferes Bild hinbekommen. Die LED-Leuchte da hinten hat schon ihren Geist aufgegeben, weil ich jetzt schon über eine Stunde am Aufnehmen bin. Ich gehe mal etwas mit der Bildschirmhelligkeit nach unten und mit der Lautstärke auch. Achtet darauf, dass ihr jetzt euer WLAN als auch euer Bluetooth eingeschaltet habt. Es spielt keine Rolle, ob ihr ein Android-Gerät habt oder ein iOS-Gerät, in dem Fall ein iPhone 8 Plus. Hier ist die Kamera. Ich scrolle von oben nach unten. Ich scrolle einmal nach rechts. Hier oben seht ihr die zwei Punkte. WLAN-Verbindung und jetzt sage ich Drahtlos-Verbindung ein, sage Verbinden mit der GoPro-App. Die habe ich mir runtergeladen, kostenlos und da tippe ich jetzt mal drauf. Jetzt klickt hier unten links auf dieses Symbol und sagt Kamera hinzufügen. Jetzt steht da Wird gesucht. Tada, tada, GoPro gefunden. Hero 9 Black. Verbinden wir zunächst deine GoPro mit iPhone. Da fehlt deinem. Okay, macht nichts. Kamera verbinden. Kopplungsanforderung. GoPro 4949 möchte sich mit deinem iPhone koppeln. Ja, bitte mach das. Verbindung erfolgreich. Sweet. Und hier steht jetzt Verbunden. Hier könnt ihr den Namen ändern. Nehmen wir an, ihr habt 10 GoPros für was auch immer. Könnt ihr sagen GoPro 1, GoPro 2, GoPro 3. Aber ich möchte diesen Namen, der hier steht, speichern. Neuer Name gespeichert. Cool. Los geht's. Vorschau aktivieren. Ja, bitte. WLAN-Verbindung wird hergestellt, um die Vorschau zu aktivieren. Ihr habt jetzt nur das Bluetooth aktivieren. Wir können quasi die GoPro steuern über Bluetooth, können aber Dateien übertragen über das WLAN. Verbinden. Übrigens hat das nicht immer ganz so gut funktioniert mit der GoPro Hero 9. Ich musste erst, ja, da steht es zum Beispiel, ich habe auch ein Update gemacht und das wird euch direkt angezeigt, dass ihr ein Update machen sollt, denn die GoPro kam zu mir und ich musste erst mal updaten. Also, da kommen noch einige Bugs vor, aber ich hoffe, dass GoPro das noch lösen wird. So, gehen wir mal kurz zurück und gucken, woran es liegt. Wir gehen mal in den Fotomodus. Vorschau aktivieren. Ja, warum auch immer das gerade nicht geht. Ihr seht, ihr könnt sie allerdings schon steuern, das ist kein Problem und normalerweise würde euch hier jetzt ein Live-Bild angezeigt werden. Also, wenn ich hinten meine Hand bewege, müsste das hier angezeigt werden. Wird es allerdings gerade nicht. Ich gehe mal davon aus, ihr seht schon wieder, hat die Verbindung unterbrochen. Das, wie gesagt, das sind so kleine Bugs, die GoPro ist sehr, sehr neu, sollte nicht passieren, passiert allerdings gerade. Ich habe auch schon mal die Einstellungen zurückgesetzt. Das kann halt gerade noch vorkommen, wird wahrscheinlich mit dem nächsten oder über den nächsten Update dann verschwinden und dann sollte das Ganze auch wieder normal funktionieren. Falls ihr so etwas mal haben solltet, geht ihr hier rein, Verbindung, könnt hier unten auf Verbindung zurücksetzen tippen. Das wäre jetzt mein Lösungsvorschlag. Da steht jetzt Verbindung zurückgesetzt. Ich lege mal mein Smartphone hin, nicht, dass es euch verwirrt. Die Kamera startet sich neu. Und jetzt würde ich folgendes ausprobieren. Geht auf Verbindung. Sagt, Moment, wählt doch vielleicht mal das 2,4 GHz aus. Vielleicht funktioniert es dann, weil vielleicht mein iPhone keinen 5 GHz unterstützt. Daran kann es vielleicht auch liegen. Ich denke jetzt einfach mal logisch. Sage GoPro App. und jetzt mache ich folgendes. Das wäre wie gesagt mein Lösungsvorschlag, falls es bei euch nicht funktioniert. Jetzt gehe ich hier oben auf den Stift, lösche die GoPro, die wir vorhin hinzugefügt haben und jetzt sage ich Kamera hinzufügen. Jetzt steht hier wieder, wird gesucht, GoPro gefunden, das ist quasi die hier. Sage Kamera verbinden und schauen wir mal, ob es funktioniert. Dann sage ich Koppeln. Verbindung erfolgreich. Diesen Namen möchte ich speichern, so wie eben auch. Neuer Name gespeichert. Los geht's. Und gucken mal, ob das jetzt funktioniert. Immer noch keine Vorschau. Und da muss ich jetzt gucken. Also WLAN ist eingeschaltet. Vorschau aktivieren. Wie gesagt, das könnte auch nach wie vor ein Bug sein. Oh, guckt mal an. Ich mag jetzt euch nicht versprechen, dass es so bleibt, weil wie gesagt, es kann einfach sein, dass, wie gesagt, GoPro da noch nicht hinterher ist mit dem Updaten, aber ihr seht, wir haben umgeschaltet von 5 auf 2,4 Gigahertz, also Strahlung ist nicht immer gut, ja. Da tippen wir hier unten drauf und dann nimmt die Kamera ein Video auf. Um das Ganze zu stoppen, tippe ich hier unten nochmal drauf und ihr habt gerade keine Vorschau bekommen und das liegt daran, dass die Kamera das nicht in 4K überträgt. So, ein Bug nach dem anderen. Wie gesagt, die Kamera ist erst 48 Stunden alt. Es kann also daran liegen, dass da noch ein Firmware-Update kommen muss. Jetzt zeige ich euch Folgendes. Wir gehen hier oben auf die Einstellungen. Hier können wir quasi alles festlegen. Bildschirmhelligkeit, GPS an, aus, Anti-Flimmern, 50 Hertz, 60 Hertz. Alle Einstellungsmöglichkeiten, die wir quasi in diesem kleinen GoPro-Menü eben vorgenommen haben, haben wir hier oben auch in der App drin. Wir können auch Quick Capture ein- und ausschalten, automatische Abschaltung nach 5 Minuten, Bildschirm nach hinten, bla 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 bla, alles drin. Wir haben hier die Zoom-Funktion, wie gesagt, digital Zoom. Wenn wir hier unten drauf tippen, können wir die Auflösung ändern. Sagen wir einfach mal, wir möchten gerne 1080p aufnehmen mit 50 Bildern pro Sekunde und sagen, okay, tippen auf Aufnahme und er sagt, nach wie vor, Vorschau nicht verfügbar, WLAN-Verbindung abgeboren. Wie gesagt, ich glaube, das hat nach wie vor was mit dem Firmware-Update zu tun. So. Wir haben jetzt quasi ein Full-HD-Video aufgenommen. Meine Güte. Wenn wir unten drauf tippen, wird uns angezeigt, was wir bis jetzt aufgenommen haben. Das ist quasi der Inhalt der Speicherkarte. Und ihr seht, das dauert recht lang, bis der dargestellt wird. Es kann daran liegen, dass die Speicherkarte, nee, die Speicherkarte ist recht schnell. Aber wie gesagt, ich denke, das liegt eher an der Verbindung. Nehmen wir mal an, hier sind ein paar Selfies, die ich gemacht habe. Da sage ich jetzt, cool, das möchte ich gerne haben. Nee, ich möchte das gerne haben und das gerne haben. Und das sind die Sachen, die wir eben aufgenommen haben. Dann ziehen wir uns dann nochmal so ein Video. Und ihr könnt jetzt Folgendes machen. Ihr könnt das löschen von der Speicherkarte eurer GoPro. Ihr könnt es allerdings auch in eure GoPro-App laden. Je nach Auflösung und Dauer dauert es eben etwas länger. Das hier unten ist jetzt eine Videodatei. Ihr seht, das dauert etwas länger als die Fotodateien. By the way, hier sind es beide JPEGs. 11 MB, 10 MB und das ist eine kleine Videosequenz, die wir aufgenommen haben, 9,3,5 MB. Die sind jetzt allerdings in der App drin, aber noch nicht in eurer Fotogalerie. Das heißt, ihr geht oben auf Medien ansehen und ihr seht, die sind in der App. Die könnt ihr übrigens jetzt auch in die Cloud übertragen bei GoPro. Ich mache das jetzt lieber nicht, wähle das, das und das aus und speichere es auf meinen, in meiner Fotogalerie. Zack, zack, zack. Das geht schnell. Und diese Dateien, die wir uns gleich in der Fotogalerie anschauen, damit ich euch zeigen kann, wie ihr die an Freunde schickt, sind jetzt quasi auf unserem Foto gespeichert. Ich gehe nochmal zurück hier rein, quasi in die Live-Vorschau. Da könnte ich quasi in den Fotomodus wechseln. Wenn ihr oben auf die Einstellungen tippt, habt ihr wie gesagt alle Möglichkeiten, quasi die kamerainternen Sachen umzuändern, Datum, Uhrzeit und so weiter und so fort. Tippe ich hier unten drauf das gleiche Menü, was wir haben, wenn wir hier unten drauf getippt haben. Wir sind quasi im Fotomodus, könnten jetzt auch eine Serienaufnahme machen, eine Nachtbildaufnahme und so weiter und so fort. Wir könnten live gehen. Das schluckt natürlich Datenvolumen beziehungsweise ihr könnt euch auch mit eurem Heimnetzwerk verbinden und ein Live-Video starten. Ziemlich cool, zum Beispiel für DJs. Du bist ein DJ und sagst, hey, cool, heute Abend soll ich mal eine Veranstaltung, Live-Film im Weitwinkel, hinter mir die Leute, ich am Auflegen, machst ein Live-Video und das Ganze dann über dein Smartphone. Übrigens könnt ihr natürlich eure GoPro auch als Webcam benutzen. Dafür geht ihr auf die GoPro-Webseite, ladet euch die passende App runter, da sind nur zwei Programme, die ihr braucht und ich glaube, das heißt GoPro Webcam, wenn mich nicht alles täuscht. Ladet die runter, nehmt das USB-C-Kabel, verbindet das mit eurem Laptop und wählt dann als Quelle aus, nachdem ihr auf das Programm getippt habt, GoPro und dann könnt ihr die GoPro als Webcam nutzen. Alternativ funktioniert das auch mit anderen Programmen, wenn mich nicht alles täuscht, zum Beispiel QuickTime oder Twitch oder was weiß ich, was es da noch alles gibt, ihr müsst halt als Quelle die GoPro auswählen. Das tut ihr in den Einstellungen machen, das ist bei jedem Programm etwas anders, aber wie gesagt, die GoPro kann ja als Webcam genutzt werden, vor allem die Hero 9 und einfach auf die GoPro-Webseite gehen, oben da steht sowas wie Apps oder sowas, ladet, da gibt es nicht zu viel zur Auswahl, ich glaube, zwei Programme haben die und die wählt ihr euch dann aus. Ja, wenn ihr dann quasi Zeitraffer machen wollt, könnt ihr hier alles festlegen, Time Warp, Zeitraffer, das wäre jetzt ein Zeitraffer bei Nacht, was hier ausgewählt ist. Jo, ihr Lieben, jetzt funktioniert es. Scheinbar lag es daran, dass ich eben 5 GHz ausgewählt hatte anstatt 2,4. Cool, jetzt wissen wir es. Und wenn wir jetzt ein 4K-Zeitraffer aufnehmen mit einem Intervall von 0,5 Sekunden im Weitwinkel, könnten wir das Ganze für 4 Stunden und 29 Minuten mit der Speicherkarte tun, die in der Kamera liegt. So, ihr Hübschen, das ist jetzt ein Foto, welches wir übertragen hatten über die GoPro App aufs iPhone. Ich möchte euch nur kurz was zeigen. Ihr könnt es zum Beispiel als Favorit markieren, ihr könnt es jetzt von dem Speicher eures iPhones löschen. Ich könnte jetzt hier oben auf Bearbeiten gehen und zum Beispiel die ganzen Filter des iPhones nutzen. Und wie gesagt, das ist jetzt quasi einfach ein GoPro-Foto. Ich könnte hier unten reingehen und könnte die Belichtung anpassen, ich könnte die Brillanz anpassen. Ihr seht ja selber, was passiert. Die Glanzlichter, Schatten und so weiter und so fort. Ihr habt hier jede Menge Bearbeitungsmöglichkeiten. Tippe dann unten auf OK. Und wenn ich jetzt hier unten auf den Pfeil tippe, dann kann ich das Foto oder das Video zum Beispiel hier auch an meine Freunde schicken. Wichtig ist jetzt, wenn ihr im Ausland seid, dann achtet darauf, dass ihr vielleicht mit dem Hotel-WLAN verbunden seid. Nicht, dass da irgendwelche Zusatzkosten auf euch zukommen. Oder wenn ihr in Europa seid und ihr habt Datenroaming an, dann ist das auch kein Problem. Wichtig ist nur, dass ihr jetzt nicht über das WLAN der Kamera verbunden seid, weil die Kamera hat natürlich, also die GoPro hat kein Internet. Verwechselt das nicht. Die GoPro hat keine SIM-Karte, kein Internet, ist nicht mit dem Internet verbunden. Nur ihr seid jetzt quasi über euer mobiles Datennetz oder das WLAN von dem Hotel mit dem Internet verbunden und könntet das dann hier unten über den Pfeil an eure Freunde und Familie schicken. Jo, das war's auch schon. Was heißt, das war's auch schon? Wir waren ja lange genug beschäftigt. Falls ihr noch Fragen oder Anregungen habt, gerne als Kommentar unter dieses Video. Wenn ihr meine Arbeit freiwillig unterstützen möchtet, habe ich euch in die Videobeschreibung jede Menge Links gepackt. Da könnt ihr zum Beispiel das Zubehör kaufen oder einen Zusatzakku oder auch die Kamera selber oder auch meine favorisierte Speicherkarte. Das ist übrigens, die habe ich mir alle selber gekauft, ist quasi nicht gesponsert. Die GoPro habe ich mir auch gekauft, ist auch nicht gesponsert. Und fällt mir noch was ein? Nee. Wie gesagt, Fragen, Anregungen, gerne als Kommentar unter dieses Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich sage herzliche Grüße aus Frankfurt und bis zum nächsten Mal. Tschaui.